Es ist Dienstag, der 13. Dezember und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu dem neuen Dolch & Gabbana NFT-Drop und Infos zu den NFT-Projekten Wackme United und WeFriends. Ihr erfahrt von dem Prototyp einer englischen CBDC-Wallet und was hinter den Bored Ape Golf Club NFTs steckt. Und neben unserem täglichen Blick auf den Crypto-Chart und den Floorpreisen auf OpenSea, schauen wir auf den Proof-of-Reserves-Fortschritt, das Glück von Superstar Taylor Swift und vier Vorschläge zur Regulierung von DeFi. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Bevor es natürlich mit der News-Folge losgeht, starten wir mit unserem Adventstürchen Nummer 13. Und am 13. Dezember öffnen wir die Tür. Und wer kommt raus? Daitas mit D-A-C-C oder auch genannt Dressed Ape Costume Club. Das Gesicht von Daitas und dem NFT-Projekt, der Einstieg ins Web3, ist Corinna Dahlhaus. Und ich freue mich heute, dieses Projekt und diese Frau hier einmal präsentieren zu können. Denn Corinna war bereits schon bei All-In-NFT im Podcast zu Gast und war auch letzte Woche Mittwoch noch bei uns im Discord-Call und hat das D-A-C-C-Projekt noch einmal vorgestellt und uns Updates dazu gegeben. Und ich kann nur sagen, mich freut es persönlich sehr, dass dieses NFT-Projekt weiterhin Bestand hält und vor allem auf die Community eingeht. Um nun mal eben zwei Sachen zu erwähnen. Der Solana-Preis wurde im Rahmen der Kryptokrise nicht angepasst. Der Min von Daitas von dem Projekt stand wirklich während der ersten Kryptokrise statt und der Solana-Preis blieb gleich, obwohl Solana um fast 80% gesunken ist. Und weiterhin kann ich euch sagen, es gab schon wilde Partys, die von diesem NFT-Projekt von Corinna Dahlhaus veranstaltet werden. Und eins ist sicher, spätestens an Karneval werden die nächsten Partys stattfinden und All-In-NFT wird auch dabei sein. Deswegen jetzt gut zuhören. All-In-NFT und Daitas bescheren euch nicht nur ein, sondern gleich zwei Gewinnspiele, die in den jeweiligen Discords stattfinden. Auch die Voraussetzungen werden heute etwas mysteriöser, genauso wie der Inhalt der Geschenkpakete. Wie gesagt, ein Gewinnspiel für die Daitas-Geschenkbox findet ihr bei Daitas im Discord und ein Gewinnspiel mit dazugehöriger Daitas-Geschenkbox findet ihr bei All-In-NFT im Discord. Die Links dazu findet ihr jeweils in den Shownotes bei All-In-NFT. Bei dem Gewinnspiel kann ich euch sagen, gebt 8 und ihr findet die Voraussetzungen und was gemacht werden muss im All-In-NFT-Discord. Ich gebe euch heute in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge nur mal mit auf den Weg. Haltet die Augen den ganzen Tag über auf und ich würde sagen, folgt All-In-NFT auf allen Social-Media-Kanälen. Das ist der Tipp dazu heute. Alles Weitere im Discord von All-In-NFT. Daitas und All-In-NFT wünschen euch viel Spaß, viel Glück und los geht's mit der heutigen News-Folge. Weltweit arbeiten Staaten aktuell an der Entwicklung digitaler Zentralbankwährungen wie dem CBDC. Und wie ich in den vergangenen Wochen und Monaten schon berichtet habe, ist auch England einer der Staaten, die das Vorhaben vorantreiben. Und tatsächlich soll der nächste Schritt schon die Entwicklung eines Wallet-Prototyps sein. In Bezug auf diese Entwicklungen ist die Bank of England, deren nächster Leitzinsentscheid nebenbei diese Woche erwartet wird, bis zum 23.12.2022 auf der Suche nach einem Proof of Concept für die digitale Wallet. Bereits am Freitag letzte Woche stellte Jeremy Hunt, der sogenannte Schatzmeister, ein Paket von 30 Regularien für britische Finanzdienstleistungen vor, das auch die Ausgabe eines digitalen Funds vorsieht. Die Reformen bauen auf den Wunsch des Vereinigten Königreichs auf, die Vorteile neuer entstehender Technologien zu nutzen. Dazu gehört die Zusage, in Kürze Vorschläge für die Einrichtungen einer digitalen Währung der britischen Zentralbank zu veröffentlichen, die eines Tages dazu führen könnte, dass die Briten ein digitales Fund verwenden, heißt es dazu auf der Regierungswebsite. Trotzdem bleibt es fraglich, wie die Währungszukunft in England aussieht. So hat die Bank of England vergangenen Monat noch scharfe Kritik am Bitcoin und DeFi ausgeübt. Nach dem FTX-Zusammenbruch traten immer mehr Crypto-Exchanges in den Vordergrund, die ihre Assets und die entsprechenden Wallet-Adressen offenlegten, darunter auch die Kryptobörse Binance. Nachdem die weltweit größte Kryptobörse einen Auszug ihrer Kryptoreserven offengelegt hatte, scheint deren Überprüfung durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nun abgeschlossen zu sein. Doch nicht nur Binance hat jetzt einen vollständigen Proof of Reserves veröffentlicht, sondern auch Krypto.com. Wie aus einer Pressemitteilung der Börse Krypto.com hervorgeht, habe hier der internationale Wirtschaftsprüfer Mazes Group die vollständige Deckung der Kundengelder attestiert. Demnach seien unter anderem die Bestände an Bitcoin, Ethereum und USD-Coin der Kunden zu mehr als 100% von der Börse besichert. Auf einer entsprechenden Website können sich Kunden der Börse zudem selbst von der Vollständigkeit der Kryptobestände überzeugen, wenn gleich festgehalten werden muss, dass der Proof of Reserve nicht als Beweis für die allgemeine Solvenz des Unternehmens gilt. Damit wechseln wir heute erstmalig die Kategorie, wechseln zu CoinMarketCap und schauen uns dort einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährung an. Eigentlich können wir uns das Ganze heute bei CoinMarketCap sparen, denn Bitcoin und gleich auch Ethereum, wenn wir drauf gehen, kann ich euch mitteilen, hat es gestern groß keine Veränderung geben. Alles wartet natürlich auf die ersten Inflationsdaten, beziehungsweise den ersten Termin, den wir heute haben mit den neuen Inflationsdaten aus den USA und dann kommen natürlich morgen und übermorgen die jeweiligen Leitzinsentscheidungen. Deswegen können wir wirklich sagen, die Ruhe vor dem Sturm, Bitcoin weiterhin zwischen 16.200 und 16.300 Euro, der Kurs von Ethereum auch unverändert, 1209 Euro, letztendlich eine Minus von 0,06 Prozent im Gegensatz zum Vortag. Bei BNB sieht das Ganze anders aus, minus 4 Prozent. Hier gibt es auf jeden Fall einige News, die ihr morgen nicht verpassen solltet, kann ich euch jetzt schon mitteilen, schaltet morgen ein. Bei BNB könnte es in Zukunft krachen. Mehr dazu morgen. Dann Dogecoin, Cardano, Polygon, minus 1 Prozent, minus 0,05 Prozent. Und beim Dogecoin sind es auch minus 5 Prozent. Dann haben wir den Shiba Inu Coin, minus 3 Prozent. Solana, minus 2, hier der aktuelle Kurs bei 12,65. Dann haben wir noch erwähnenswert der Chaining-Token, der auch gestern minus 2 Prozent performte. Genauso ein Minus bei Algorand, minus 3,34 Prozent. Der Quant-Token fällt noch in den Top 50 auf mit einem Plus von 1,90 Prozent. Ansonsten gab es hier bis auf den Flow-Token, der minus 6 Prozent gestern abstürzte. Keine großen Veränderungen. Damit werden wir auch mit den Kryptowährungen durch. Die werden natürlich die nächsten Tage umso interessanter. Wechseln aber jetzt in die nächste Kategorie. Und das sind unsere NFT-News. Was haben wir nicht alle schon bei Bored Apes gesehen? Gelangweilte Affen in Anzügen, Matrosen-Outfits und auf dem Cover des Rolling Stone. Aber was ist zum Beispiel mit Bored Apes, die Golf spielen? Diese Frage stellte sich die Altawa Group, eine Luxus-Metavis-Plattform, die jetzt eine Partnerschaft mit Yuga Labs eingegangen ist. Die beiden haben sich zusammengetan, um eine neue Kollektion namens Bored Ape Golf Club B.A.G.C. herauszubringen. Und das wurde bereits in einer Erklärung vom 3. Dezember diesen Jahres bestätigt. Dabei basieren die NFTs in dieser Sammlung auf 60 bestehende Bored Ape IPs. Obwohl Details zum Preis noch nicht veröffentlicht wurden, können diejenigen, die die NFTs kaufen, sich auf bestimmte Vergünstigungen, Meta-Wurf-Golf-Erlebnisse und Merchandise-Artikel freuen. Dazu muss ich sagen, wieder einmal zeigt uns das, was IP-Rechte von NFTs und speziell der Bored Apes für unternehmerische Zwecke genutzt werden kann. Eine weitere Frage, auf die wir heute blicken, ist die, ob Taylor Swift und NFTs zusammenpassen. Das sind zwei Dinge, die man zusammen noch nicht so gesehen hat. Aber wenn man einem Bericht der Financial Times glauben darf, hätte es zeitnah dazu kommen können. Laut der Veröffentlichung befanden sich die insolvente Kryptobörse FTX und Taylor Swift in der Endphase der Verhandlungen über ein NFT-Ticketing und Sponsorendeal im Wert von rund 100 Millionen US-Dollar. Glücklicherweise wurden die Pläne aufgrund von Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Unternehmens und den Gedanken darüber, wie teuer es gewesen wäre, Taylor Swift als Botschafterin zu gewinnen, nicht verwirklicht. Doch das wäre nicht das erste Mal, dass das Unternehmen mit großen Prominenten kooperiert hätte. Denn erinnern wir uns an das Supermodel Giselle Bündchen, Tennis-Star Naomi Osaka oder den NFL-Goat Tom Brady, die als Botschafter von FTX agierten. Nichtsdestotrotz ist es aber auch zeitgleich eine verpasste Gelegenheit für NFTs und Musikliebhaber, da es eine enorme Chance für die Verbreitung von NFT-Ticketing hätte sein können. Inbetweeners, ein beliebtes NFT-Projekt, das von Superstars wie Justin Bieber unterstützt wird, hat eine neue Kollektion in Zusammenarbeit mit dem Modehaus Deutsch & Gabbana angekündigt. Der Drop, der als Inbetweeners, Deutsch & Gabbana und Unix Drip Collection bezeichnet wird, wird auch vom Luxus-NFT-Projekt Unix unterstützt. Wie auf Twitter erklärt wird, hatte Gian Piero, ein kreativer Künstler, der auch an der Spitze von Inbetweeners steht, vor Jahren eine Illustration der Gründer von Deutsch & Gabbana erstellt. Mit dieser Kollektion soll sich der Kreis nun schließen. Die Inbetweeners Deutsch & Gabbana-Kollektion wird aus 2000 digitalen Assets bestehen, die sich mit Luxusmode und Kunst befassen. Diejenigen, die diese NFTs kaufen, können sie dann zu einem späteren Zeitpunkt gegen neu erfundenen Artikel aus dem Tresor von Deutsch & Gabbana einlösen. Einige dieser Artikel umfassen T-Shirts, Pullover, Jacken, Strickmützen und was man nicht sonst noch so kennt. Käufer erhalten außerdem einen physischen Druck von 1 aus 21 Kunstwerken, die den NFTs beigefügt sind. Die Sammlung, und jetzt aufpassen, wer Interesse daran hat, wird heute am 13. Dezember auf OpenSea Live gehen und drei Wellen beinhalten. Die erste beginnt um 21 Uhr mitteleuropäischer deutscher Zeit und ist exklusiv für NFT-Inhaber der Inbetweeners und Deutsch & Gabbana Family Box zugänglich. Der zweite beginnt dann eine halbe Stunde später um 21.30 Uhr, richtet sich hier an die öffentliche Zugangsliste und wer die dritte Runde noch mitnehmen will, wenn da noch was übrig bleibt, die findet um 22 Uhr statt und beinhaltet dann natürlich den öffentlichen Public Sale. Damit kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Das sind unsere Web 3 Kurznews. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzunternehmen stellt der DeFi-Bereich Regulatoren vor einer Vielzahl von neuen Herausforderungen. Der Grund, Protokolle werden oftmals von einem offenen Pool pseudonymer Teilnehmer verwaltet und nicht von einer einzigen juristischen Person. Eine neue, von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie hat sich daher mit den Herausforderungen befasst und wird mehrere konkrete Vorschläge zur Regulierung von DeFi ausarbeiten. Das 52-seitige Dokument trägt mittlerweile den Titel Decentralized Finance. Neuigkeiten gibt es heute auch von Aave, denn das Unternehmen hat so nah erworben eine mobile Spieleplattform, die NFT-unterstützte Avatare verwendet, um in virtueller Umgebung zu navigieren. Mit dieser Neuanschaffung beabsichtigt Aave das Social Media Lens-Protokoll, welches ich euch vor ein paar Wochen vorgestellt hatte, in die App zu integrieren. Da Lens über eigene dezentrale Profile verfügt und so nah auf NFT-unterstützten Avataren basiert, passt die Kombination sehr gut zusammen. Berichten zufolge gibt es Pläne, die Avatare und die dazugehörigen Emojis zu integrieren, um eine einheitliche Identität von Benutzern zu erschaffen. Bei WACMI United gab es jetzt einen interessanten Tweet, der definitiv erwinnenswert ist. Wir wollen das Wochenende mit etwas Alpha abschließen. Manche PFPs haben einen kleinen Assistenten. Möglicherweise erwartet uns hier mehr als eine einfache PFP-Collection. Eine weitere Kurznews gab es im WeFriends-Discord. Hier wurde gesagt, ein lustiges Überraschungs- und Freudengeschenk für die Giftgolds-Holder wurde angekündigt. Es gibt spezielle WeFriends-Uno-Karten. Mehr dazu findet ihr aber im WeFriends-Discord. Damit wechseln wir heute letztmalig die Kategorie, wechseln jetzt zu OpenSea und schauen uns dort einmal die aktuellen NFT-Floorpreise an. Wenn wir auf OpenSea blicken, kommt natürlich zuallererst In-Between-Urs und Deutsch-Und-Gabbana-Drip zustande beziehungsweise ist auf der Homepage von OpenSea ganz fett präsentiert. 2.000 Items bei It's Me, Gian Piero, 0,88 Is. Dazu dann morgen mehr, wenn der Drop vollzogen ist. Aber wir kommen jetzt natürlich erstmal zu den Floorpreisen und Handelsvolumina der letzten 24 Stunden. Und es ist wirklich wieder Wahnsinn, was gestern passiert ist. Valhalla, das NFT-Projekt, das ja vor allem letzte Woche für Aufregung sorgte, hat auch gestern ordentlich für Aufregung gesorgt. Handelsvolumen 1320 Is auf Platz 1 und der Floor ist wieder um 23 beziehungsweise 33% nach oben geschossen. 0,91, 1172 Sales am gestrigen Tag. Und auf Platz 2 liegt der Board-App Yacht Club gerade mal mit einem Handelsvolumen von 297 Is. Hier der Floor bei 69,9. Dann kommen wir zu den Mutants, 14,75 unverändert. Dann aber erstes Projekt, was auffällt, was fast 2 Is gesunken ist. Azuki 13 Is, noch auffälliger Clone-Ex, 6,69, damit fast um den Ether gesunken am gestrigen Tag. Auch sehr auffällig die Moonbirds, ebenfalls um einen Is gesunken, 8,48 hier der aktuelle Floor. Und auch die Pudgy Penguins, weiterhin um einen halben Eves gefallen, 4,37. Die Doodles halten sich bei 7,22. Artefakt an Nymosek, 0,79 am gestrigen Tag. Dann haben wir noch unter anderem ein Projekt von MyPetHooligan. Hier der Floor, 0,93 im Eves. Dann haben wir die V-Friends, der Series 1. Die gehen auf die 4 zu, 5,19 hier weiterhin. 3D Invisible Friends, 0,40 im aktuellen Floor. Und die Cyber Kongs sehen wir bald möglicherweise einstellig. 12,50 hier der aktuelle Floor. Damit schauen wir uns natürlich noch abschließend Platz 99, 100 an. 99 haben wir Neolinks, 0,05 mein Projekt gewesen, was ich auf YouTube vorgestellt hatte. Und dann haben wir auf Platz 100 Meta-Bounty Hunters, hier der Floor 2,45 Is. Damit sind wir mit der heutigen Folge durch. Denkt daran, das Gewinnspiel abchecken im Discord von AllinNFT und Dytas. Zwei Gewinnspiele, einmal bei Dytas, einmal eins bei uns. Die Augen aufhalten auf den Socials. Deswegen solltet ihr immer ein Abo da lassen. Vor allem auf diesen Podcasts und auf allen Socials natürlich. Und wir werden natürlich auch mit Spannung heute die Inflationsdaten erwarten. Ich wünsche euch abschließend einen schönen Tag. Und freue mich natürlich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und es heißt AllinNFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.